Hallo Greta. Hallo. Auf einer Skala von 1 bis 2. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Mir geht's sehr gut. Wie alt bist du mittlerweile? 11. Soll ich dir mal Musik vorspielen von der Zeit, vor deiner Zeit? Ja. Ich hab das mal abgefeiert, als ich so 5 war oder so. Als du noch 5 war, ist eine ganz andere Phase in deinem Leben. Ja. Will the real Leandro, please stand up. Nicht so gut. Nicht so gut? Das ist Eminem, Mann. Kein Schlecht. Ja, das ist cool. Gut, ne? When the pimps in the crib, drop it like it's hot. Also übersetzt heißt das, wenn die Zuhälter in der Bude sind, lass fallen, wie als ob's heiß ist. Was weißt du, was weißt du? Snuuut... Ouut. Uuuut. Ne länger. Snuup... Schnappi! Renault schnappi! Schnappi, schnappi, schnappi! Schnappi schnappi! Das ist die kleine Konkordierte... Das kennst du? Schnappi, schnappi schnappi ! Schnappi schnappi, schnappi Der schnipi der kommt ab So weiter geht´s... Also der hat sich voll viel vorgenommen in dem Song, wollte sein Zimmer aufräumen, aber leiders war er high Highlik? Das heißt High? Also der hat gekifft. Ach so. Sind die Kiffen Drogen? Hm, glaub schon. Und Drogen sind? Gemüse und Obst. Aber das stimmt jetzt nicht ganz, oder? Was heißt das denn? Oder meinst du Heil das Tier? Ach so. Ja, ein Heil sein. Genau, weil er sich in ein Heil verwandelt hat. Ach so. Der wollte eigentlich sein Zimmer aufräumen, aber dann hat er sich leider in ein Heil verwandelt. Und dann konnte er sein Zimmer nicht aufräumen. Ja, coole Ausrede. Aber kann das sein, dass ich einfach zu lange mit Kindern geredet habe heute, oder ist das wirklich unfassbar witzig, was hier gerade passiert? Was heißt das denn? Das heißt genau das, Lucy. Hier singt Gwen Stefani darüber, dass sie gerne ein reiches Mädel wäre. Können Mädchen auch reich werden? Also meistens gehen Männer ein bisschen härter oder so arbeiten. Wie viel verdient eine Durchschnittsfrau? Weiß nicht, 200? 200 Euro? Und ein Durchschnittsmann, was verdient der so? 8000? Ja. Männer sind ja auch ein bisschen besser. Kann es sein, dass das die singt, die 99 Luftballons singt? Das ist richtig. Ja? Das hier singt Nena. Ja. Genau. Dann fährt man an der Stimme. Ich finde es kackig. Was ist das kackig? Ich finde die Stimme nicht schön. Ja. Der Sänger, der heißt 50 Cent. Wenn der jetzt 50 Cent ist, was ist dann so ein Farid Bang? Ja. 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 Banane und Vendille Eis. Vendille Eis? Ja, mega. Ich würde auch den Dreh abbrechen und uns mal ein Bananen-Bildschäfer holen. Oh Mann. Klasse gemacht! Yeah, Lucy! Das war richtig gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Aber jetzt war nicht gut. Ich finde sie nicht gut. Ich finde sie nicht gut.